So, hi und willkommen auf PPT. Sag mal kurz, wer du bist und wie lange du schon Pirat bist. Ja, ich bin Maurice Konrad. Ich bin jetzt 19 Jahre alt, seit zwei Jahren Mitglied der Piratenpartei. Und ansonsten mache ich auf Bundesebene die Themenbeauftragung für Umwelt, Klima und Tierschutz. Bin Stadtrat in Mainz. Hattest ja klasse, viele Aufgaben. Dann sind wir schon bei der nächsten Frage. Was hat dich ursprünglich denn zum Piraten gebracht? Was ist dein Herzensthema? Eigentlich habe ich viele Herzensthemen. Das kann man gar nicht so auf eines fokussieren. Ich bin ja Softwareentwickler. Ich habe viel mit Netzpolitik und Digitalisierung zu tun. Auf der anderen Seite hat mich stark politisiert der Rechtsstrahle in Deutschland. Hetze gegen Flüchtlinge und Migranten. Und einfach, dass wir für eine Bund und Welt auf eine Gesellschaft eintreten. Und nicht zuletzt Klimaschutzpolitik. Ich habe bis jetzt noch keine Partei gefunden in den deutschen großen Parlamenten, die, sagen wir mal, wirklich Maßnahmen ergreift, um die Erde dann auf 1,5 bzw. 2 Grad zu begrenzen. Und die Piraten sind dafür nicht die Partei. Und insofern kämpfe ich eigentlich an vielen Fronten. Das sehe ich gerade. Und das schützt dich schon an vielen Ecken und Enden. Hältst du dich denn wohl hier auf dem BBT? Ich fühle mich bis jetzt sehr wohl. Man kann sich connecten mit Leuten. Man trifft ganz viel. Und natürlich, ich habe nachher noch einen Redeslot, in dem ich ein bisschen über meine Kommunalarbeit und den Klimanotstand spreche. Von daher ist es immer spannend. Ah, das ist toll. Was ist denn so dein Wunsch an deinen nächsten Bufo, der ja heute gewählt wird? Ich wünsche mir vom Bundesvorstand vor allem, dass wir natürlich, was Öffentlichkeitsarbeit angeht, nicht nur die Themen bespielen, die wir schon bespielen, sondern dass wir vielleicht noch breiter gefächert werden, dass wir im Bereich Klimaschutz, dass wir im Bereich öffentlicher Kosten und Nahverkehr sozial, dass wir da noch mehr Öffentlichkeitsarbeit machen können. Dann als letztes noch ein kleiner Gruß an unser Team in Brüssel. Wenn du kannst, in Englisch wäre ganz nett. Es ist toll, dass wir vier europäische Piraten in dem Parlament haben und wir sind sehr froh, dass wir mit euch in den nächsten fünf Jahren kämpfen, zusammen für Internet-Freedom und Klima-Justice und all die Themen, die nicht wirklich in den anderen Parteien representiert werden. Dankeschön. Dann wünsche ich noch ganz viel Spaß auf dem Bundesparteite. Danke, dir auch. Also, ciao. Tschüss. Tschüss.